So Far Cry 4, Part Nr. 4 So Glückstag Latschen wir mal da hin Oh shit, alter Ist es so Schön schweigen 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 Wartgen So Schweigen Entschuldigung, hast du mal kurz Zeit für mich? Ja, habe ich nicht. Etmosphera Nein, nein, nein! Wie nein? Wollen wir mal. Gib ihm etwas Morphium und schalt das Scheißradio ab! Was ist mit ihm passiert? Er fiel. Pagan überflutet den Äther und wir müssen uns seinen Dreck anhören. Genug ist genug. Ich habe ihn auf den alten Glockenturm geschickt, um den Sender zu übernehmen. Um die Übertragung so zu stören. Leider. Ich kann klettern. Das wäre großartig. Es gibt keine Wachen, aber der Aufstieg ist schwer. Versprich, dass du mich verletzt. Das ist die Amo-Sau runtergefallen. Hm. Passiert. Abaganda Maschine. Ja. Dann schnappen wir uns mal. Sagt über so ein Segelflugzeug, aber geht doch so. Ich bin froh, dass der goldene Pfad die Leute wieder durch den Kontrollpunkt gehen. Das ist eine kleine Anwitzung. Ach, der ist ja auch. Mein Freund! Ich kann dir viele Dinge zeigen. Ja, später. Was geht? Nochmal zurück. Beuteltasche ist voll. So. Hm. Herstellung. Munitionsbeutel, Spritztasche, ne, machen wir erstmal Munition, ist wichtig, ja, da, Beuteltasche, 28 von 30, König Meskübert, 7 von 82, ok, Irgendwie könnte man auch seinen Rucksack, aber, Schau! Oh, das war's. Wissen Sie, dass Sie verbringen sollen, dass die Kürrenkrank für ein Jahr seit Jahren ist und 99 Prozent gesucht ist? Machen Sie Kürren für meine Bewohnerinnen und stärken die Kader in den Rücken. Treten Sie den Royal Army bei und machen Sie Ihre Familie in den Kürrenkrank. In Ihren Kürrenkrankungen werden Sie die Kalle an den Kürrenkrankungen. Bitte. Pult! Wer schießt da? Wo versteckst du dich? High-Click! Da war doch wer. Ich weiß es. Diesmal hat es zu Glück. Ich sterb. Natschen wir mal hier hoch. Ihre Einmischung könnte den Betreffenden einen unnötigen Tod in Krankheiten zerstörerisch und dunkler Erschwarr. Zögern Sie nicht. Helfen Sie, bevor es blieb ist. Möge Pargern in Sie lichtig. Alle erläutern. Sie sind in der Schuss. Sie sind in der Schuss. Sie sind in der Schuss! Jägen Sie. Das ist eine Beteilung des Arbeiten-Ministeriums. Hager-Mies annimmt, Sie alle Haufen zu arbeiten. Ein starkes Land braucht eine starke Arbeiterschaft. Zusammen können wir Kürat zu einem starken und wohlhaften Land machen. Wenn Sie keine Arbeit haben, wird die Arbeitsvermittlung eine passende Stelle für Sie in einer der vielen Einrichtungen Kürat-Ministerien. Eine Anstellung wird unabhängig von den Qualifikationen garantiert. Lass uns gemeinsam ein besseres Kürat errichten. Scheiße, ja. Scheiße, ja. Das war ja easy. Ah, die Wichtigkeiten. Jo. Keine Ahnung. Ich brauche Hilfe. Ich brauche hier dringend Hilfe und zwar schnell. Hallo? Wind, bist du das? Hier ist niemand, der so heißt. Verdammt, er ist überfällig. Wer ist da? AJ Gale. Und wer bist du? AJ Gale? Ein Moment. AJ, genau, ich weiß, wer du bist. Ich bin Gopal vom Goldenen Pfad. Wir brauchen deine Hilfe. Meine Einheit erledigt Nachschubübergaben für den Pfad, aber wir sind unterbesetzt. Die Royal Army versorgt ihre Truppen in meiner Gegend. Ich schicke jetzt die Koordinaten der Abwurfszor. Schnapp dir die Pakete, bevor die Royal Army sie sichert. Was ist denn der Paket? Ähm, ich weiß nicht. Ich bin nur der Bote. Okay, ich wollte mir das zeigen. Okay. Dann latschen wir mal dahin. Dann latschen wir mal dahin. Dann wieder. Okay. Wow! ich hab das erste paket prima dann auf zum letzten viel glück würde ich sagen gehen wir uns zur nächsten part wieder haut da rein